Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop Tutorial. Ich bin der Oliver und heute geht es darum, in Photoshop einen Baum zu erstellen. Und jetzt braucht ihr keine Angst zu haben, ich werde also jetzt nicht meinen Zeichenstift nehmen und hier einen Baum malen, sondern es gibt in Photoshop mittlerweile einen Filter, mit dem man hier unter Renderfilter tatsächlich einen Baum erstellen kann. Jetzt geht hier ein Modalfenster auf und ich kann hier meine Auswahl treffen von verschiedenen Bäumen und Lichtposition. Einmal von links, wenn ich den Hegel auf die linke Seite schiebe, dann kommt das Licht von links oder von rechts. Ich lasse es mal von oben, Blättermenge mache ich jetzt eher ein bisschen weniger und zwar geht es darum, wenn ich also die Blättermenge auf 100 stelle, dann sehe ich hier nur Grünzeug und kein Geäst mehr, aber gerade durch so ein Geäst wird das Ganze realistisch, deswegen gehe ich bei der Blättermenge eher ein bisschen runter und die Blattgröße eher ein bisschen höher und Zweighöhe kann man hier gut festmachen an diesem Baumstamm, wie der aussieht. Ich gehe mal hier hoch auf 300 und jetzt habe ich also hier einen riesenlangen Baumstamm, deswegen kann man hier vielleicht, je nachdem wie man es braucht, ja 148 ist ein guter Wert, Zweigdicke, also die Dicke der Äste, da gehe ich auch meistens noch ein bisschen weiter und Zufallsparameter lasse ich auch eingeschaltet, damit ich gleich, wenn ich zwei Bäume rendern lasse, beide unterschiedlich aussehen. Ich bestätige mal mit OK und jetzt rechnet mir Photoshop anhand der Einstellungen hier so einen schönen Baum hin. Ich zoome mal rein und jetzt seht ihr auch, dass ich tatsächlich hier diese Äste im Hintergrund sehen kann, weil ich die Anzahl der Blätter und die Blattgröße entsprechend so ein bisschen abgestimmt habe und jetzt kann man hier also auch tatsächlich dieses Geäst sehen, was das Ganze jetzt realistisch erscheinen lässt. Und jetzt kann ich nochmal einen zweiten Baum mir rendern lassen. Mit V verschiebe ich mal den Baum hier auf die Seite und mit STRG und F rufe ich nochmal diesen Filter auf und jetzt seht ihr, dass noch so ein Baum kommt und auf die Art kann ich jetzt also hier einen ganzen Wald erstellen und die Bäume sehen natürlich unterschiedlich aus, weil ich halt auch Zufallsparameter ausgewählt habe. OK, das war mein Video für heute, wie man einen Baum erstellt in Photoshop, wie einfach das ist. Wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuschaut, dann freue ich mich auf euch. Vielleicht müsst ihr hier noch mal Ameisen langlaufen oder so. Bis zum nächsten Mal.